...einen Post, einen kleinen Applaus, das würde ich mir noch etwas heftiger wünschen. Und es geht hier weiter mit Shire Horses, umgarische Post auf Shires. Nach dem Garnitz hat er sich mit seiner Züge vorgenommen, Schellen soll jetzt ein Pferde-Kopfer, Bildung, Story, Eintracht und etwas anderer Art der Portbewegung. Shires, meine Damen und Herren, die größte Pferderasse der Welt. Und auch dieses Team hat natürlich einen Stand hier aus der Bessie. Ich wünsche Ihnen alle, dass ich mich. Was aus der Welt so schön. Was ist da, dass ich mich auch immer gefühlen sind. Haushalt, die hochleicht gering, die hochgamer würde, Ich komme immer beden, weil Schellen verschwunden sind. Und jetzt geht hier noch mal weiter mit Scheier. Jennifer Herrmann vom Hochschildborn und ihre Studio Wildenburg Glory Nightshade demonstrieren Ihnen, dass auch in einem Kaltun viele Towers stehen. Sie stellen sich dem Herausforderer Sebastian Galli mit einem Quart. Er wird versuchen, die siebenjährige Schallstufe in der Zeit 46 PS Start im Quartier in Slalom Rennen zu besiegen. Meine Damen und Herren, sind wir gespannt, was dabei rauskommt, ob er hier als drittlich Sieger ist. Sie können auch noch nicht, wir fahren ein oder andere Wette abschliessen. Wir haben noch nicht mehr Leute, dass wir nicht mehr so zahlen, dass wir nicht mehr so zahlen. Und wir müssen noch nicht mehr so zahlen. Und wir müssen noch nicht mehr so zahlen. Wir machen uns! Das war's. Wir haben ein paar Dienste und das ist die Scheuerwehr. Wir haben ein paar Dienste und die Dienste und die Dienste. Wir haben ein paar Dienste und die Dienste und die Dienste. Und Sie sehen, unser Abbauteam ist fast zu schnell.